So, wir sind wieder zurück in den Kantai-Bergen und es ist immer noch ein bisschen frostig. Mal sehen, wie lange das so bleibt. So, hier war ich ja schon mal. Jetzt bin ich nochmal hier. Alle Gegner sind wieder da. Natürlich auch die Neandertaler-Sham-ma-ma-manen. Denn, äh, Neandertaler wollen es wissen. Uh! Schreiende Erfahrung war das doch, oder? Äh, ich glaube schon. Das will ich natürlich entsprechend ausnutzen. Aber die hauen auch nicht ganz schlecht rein, muss ich sagen, hier. Ja, Erfahrung. Kommt her, meine kleinen Neandertaler, ihr kleinen Affenmenschen, versteckt euch nicht vor mir. Und meine Erfahrung sperrt mich nicht ein. Wieso bin ich da so lange eingesperrt? Ich habe 100% Reduktion der Gefangenschaftsdauer. 100%! Mehr geht doch nicht. Na gut, in diesem Spiel ist alles möglich. Rüstiger Talisman. Oh! Ähm. Hm, Stärke und Leben. Äh, ja, okay. Eine Höhle! Mann, die hauen wirklich gut rein. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Liegt das an meinem Schild? Äh. Na, vielleicht. Ich lege den wieder an. Kurz war seine... Nutzbarkeit... Wartet mal. Ja gut, das ist ja auch kein Wunder. Ich habe ja noch gar keine hier Schutzmechanismen aktiviert. So, jetzt... Wir sind in einer Ansiedlung der Neandertaler. Und irgendwie... Da kommt auch wieder das Schild. Ich weiß nicht, die schleudern glaube ich mit Eis zaubern und... So, ich logge euch mal alle an hier. Ist hier irgendein Anführer? Hallo? Ist hier jemand? Kommen alle her! Auch die Herren Bogenschützen. Man sollte schon seine Buffs aktivieren, wenn man anfänglich... Ich habe schon gedacht, oh, es wird ein bisschen schwieriger und ja... Nicht darauf geachtet. Oh, ein paar Betten. Feldbetten, wie sich das für... Komitive Neandertaler-Menschen gehört. Saugender Seerstab. Ich glaube, es gibt hier jetzt so mehrere Ansiedlungen von Neandertalern, die natürlich in Höhen leben. Und irgendwie waren sie wohl der Meinung, das müssen wir auch entsprechend darstellen. Indem wir einfach ganz viele Ansiedlungen nebeneinander pappen. Ja, hier ist schon wieder eine. Oh, Gold. Okay, es ist Koran... Koran Bärenhaut. Oder war das? Ein Heldenmonster. Noch mehr Helden hier. Steht der Schamane jetzt gleich? Ne. Ah, hat Kades überlebt. Talisman der Beständigkeit. Die sind auch nicht besonders groß, diese Höhlen. Aber es sind halt viele. Flop, Flop, Flop. Lichter anmachen. Monströse Gleiber. Späme mich nicht ein. Und eine weitere Höhle. Tja. Und wir kriegen Dschungelraptoren. Keine Feuerraptoren. Obwohl sie so rot sind. Es sind einfach nur Dschungelraptoren. Die hätte ich mir ja eher grün vorgestellt. Aber okay. Ich akzeptiere das. Auf dem Nahkämpfer. Und auch ein fieser Zauberer. Ah, keine Bogenschütze diesmal. Hm. Okay. Haben wir Zauberer. Die sogar mit Feuerschleudern. Also manche schleudern Eis, manche schleudern Feuer. Gut, Feuer ist nicht so wild. Da gibt's schlimm was. Ein dunkler, nubischer Bogen. Ah, da ist ein Boss. Das ist ein Schamane. Snook. Oberschamane Snook. Ha. Aber da ein Schamane ist, hat er im Nahkampf nicht wirklich viel zu melden. Und nichts Besonderes. Gut, da haben wir den Oberschamane ausgeschaltet. Die Leute hier werden sich wieder ein bisschen sicherer fühlen können. Nachdem Snook weg ist. Ah, hier sind braun. Braun und rot. Aha, das Jungtier ist darunter gestürzt. Oh nein. Ich hab' ein geraugsames Schicksal für ein Jungtier. Dein Gepäck ist voll. Mein Gepäck ist voll. Der Himmel lacht den Reisenden an. Der Himmel lacht den Reisenden an. Die Erde trägt sanft seine Füße. Tag und Nacht sind ein seichtes Lied, das der große Geist singt. Hm. Sehr schön. Ah. Monströse Glaive. Monströse Glaive. Dam, 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 dam. Die kann ich auch nicht brauchen. Na, definitiv nicht. Dann auch nicht. Hm. Wuuh. Aber Geschwindigkeit ist mir wichtiger als Stärkung Leben, oder? Ich würde mir Schaden machen, auf jeden Fall. Ich probier' das Ding mal aus. Es gibt mir auch... ...helf Prozent mehr Leben. Und ich kann's verzaubern zur Note. Ich mein, ich hab' 155er Geschwindigkeit. Ich sollte vielleicht nicht zu sehr darauf achten. Na, werde ich verkaufen. Es muss sein! Tschüss dann. Ja, tschüss. Plopp. Plopp. Äußere Mongolei. Brunnen der Wiedergeburt. Ja, ich hab' schon gedacht. So langsam dürfte mal wieder einer kommen. Zentauern. Zentauern? Nein, es sind schnatternde Pengs. Ja, die Mongolei. Wir dürfen uns der Mauer nähern. Der chinesischen Mauer. Dieser Peng nähert sich uns an. Löfferung. Löfferung. Pengs. Gut. Mongolische Hochebene. Hä? Gleich wieder ein Brunnen der Wiedergeburt? Das stimmt doch was nicht, oder? Das kann doch nicht so kurz gewesen sein, dieses Level hier. Oder doch? Ja, vielleicht doch. Ja, meine Erfahrung. Warum bin ich so dumm? Ich dachte, hier könnte ich runter, aber es geht gar nicht. Na, jetzt ist er auch weg. Ah, Tigermenschen, ey. Es sind hier Menschen, aber... Ich erinnere mich, die waren nicht ohne. Vor allem diese Zauberer. Ich dachte, ich höre grad die Musik von... Zorn der Titanen. Ja. Im Film kann man ja geteilter Meinung sein. Über alles andere auch. Aber... Die Musik war super. Und die leben in so... interessanten Zelthütten. Schick. Geister. Eine Art Stonehenge. Nein, was ist das denn? In den nächsten Mal? Mehr Tigermenschen. Oh, ein Rudelführer. Ja, der gibt einen Boni für all seine Kollegen. Das heißt, der gehört mit neben den Magiern mit zu den ersten, die man beseitigen sollte. Und diese greifen wir auch mit so komischen Wurfringen an. Also die, manche mit Bögen, die Tigermenschen, aber manche auch mit diesen Wurfchakras oder was auch immer das ist, wie sie genannt werden. Tja, ganz viele Jungtiere. Wo ist eure Mama? Wahrscheinlich gerade erschlagen. Es ist ein brutales Spiel, welches wir hier spielen. Wo gehe ich lang? Hier, look. Zeit für den Jagdhof. Oho. Der ist beim Weglaufen geplatzt. So. Gut. Gut, dass ich hier lang gelaufen bin. Hey, Telkinesteine. So nenne ich die jetzt. Die Telkine hinterlässt sie überall auf seinem Pfad. In Griechenland, Ägypten oder jetzt im Orient oder der mongolischen Hochebene. Nee. Nicht zu viel weglaufen. Seherstab des Marnas. Und eine Maguni-Truhe. Trunen oder Knochenhaufen aufmachen bedeutet immer, Gegner kommen zu dir. Natürliche Hülle. Sieht natürlich aus. Oh, es gibt mehrere Pfade hier. Verkörperung des Kodex von Hammurabi. Okay, gehen wir erstmal hier runter. Oh, Rattenmenschen. Long time no see, was? Verkörperung der Wohnstadt des Drachenkönigs. Und, ja, nichts Besonderes. Mehr Rattenmenschen, lalala. Rattenmenschen, lalala. Sogar ein Zauberer und das sind Bogenschützen. Das sind euch allen hinterherlaufen. Nicht alle. Lästerliches Rattenmensch-Visier. Gute Rüstung, aber minus sechs Gesundheitsregeneration oder was das war. Also, das ist halt lästerlich. Okay, das war alles. Puh. Puh, sag ich da. Puh. Ich liebe Adrenalin. Das wird auch häufig genug ausgelöst, wenn man oft angegriffen wird. Es ist gut, häufig angegriffen zu werden hier. Für diese Fertigkeit. Na. Keiner bemerkt mich. Jetzt wäre ich im Stealth-Modus unterwegs. Das bin ich nun wirklich nicht. Ich leuchte. Das sind große Neandertaler. Yeti-Verwandte. Und sie lieben ihre Bögen. Ist ja gerade verschwunden. Die Leichen verschwinden. Natürlich haben sie auch Zauberer. Viel zu viele Bogenschützen. Ein Adlerauge. Ich bin weggetreten. So. Schein der Meisterschaft. Okay. 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 Das Kind kommt zurück. Meine Tochter lädt? Ja. Ach, Fremder. Vielen Dank. Widerstandsfähiger Wappenring der Kompetenz und Erfahrung. Das war eine schnelle Quest. Du hast keinen Platz mehr. Miau. Platz, Platz, Platz. Alle Wappen, Platz. Bitte. Bitte, danke. So. Ah, nee. Du. Aber nicht so viel Angriffsgeschwindigkeit, wie ich schon habe. Okay. Blitzwiderstand. Blitzwiderstand. Ah, leben Sie auch wohl. Ja, große Mauer. Da steht es ja schon. Sind das hier die Mongolen? Naja. Die große Mauer, ja. Schreien der Heilung und da kämpfen die Leute auch schon, jawohl. Wir sind da. Wen scheu? Okay, sie kämpfen immer noch an der Mauer. Wie wir jetzt gleich auch. Sie, 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 äh, Sie, Shan. Unser Befehl lautet, die Mauer zu befreien. Aber diese Peng machen es uns nicht leicht. Ein Riesiger ist beim Wachtturm dort hinten aufgetaucht. Die Männer wollen ihn nicht bekämpfen. Wir müssen einfach auf Verstärkung warten. Wollen nicht oder können nicht? Okay, ein Riesen-Peng. Lockiert hier den Pfad. Man sollte ja meinen, diese Mauer wäre super lang. Aber so lange ist diese Mauer gar nicht. Das ist Xao. Ein kolossaler Peng. Oh, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Was ist passiert? Oh. Blödsinn ist passiert. Uh. Okay. Kolossform. Wenn du kolossal bist, dann bin ich auch kolossal. Und seine Kollegen haben auch den Geist aufgegeben. Uff da. Oh, Marion ist Bogen. Oh, was auf Jagdmeisterschaft. Aber es ist ein Bogen. Okay, sollte ich jetzt zurücklaufen und nochmal mit dem Typen reden? Oh, jetzt habe ich so einen tollen Bogen gefunden hier. Plus 18% auf Angriffsgeschwindigkeit sogar. Den werde ich auf jeden Fall als Bogen nehmen. Aber. Warum konnte es kein Speer sein? Ein blauer Speer. Du, du hast den Riesen Peng besiegt. Es war knapp. Er hat ein Dutzend unserer Männer wie Fliegen davon gefällt. Mich fast auch. Ich danke dir, Krieger. Bitte überbringe dem Kommandeur die Nachricht, dass wir die Mauer bald befreit haben. Wieder ledigt. Oh. Keine Belohnung. Na gut, die gab es wohl schon für das Töten des Boss Monsters. Oder vielleicht, wenn wir dem Kommandanten die Nachricht überbracht haben. Wie sollen Mongolen auch hier durchkommen? Mit ihrer Reiterei. Das ist eine gute Stelle hier, um die Mauer zu errichten. Peng, peng. Die Mauer ist doch ein bisschen länger, als ich in Erinnerung habe. Aber mir kam das immer nicht so lang vor. Ja, natürlich gibt es auch Tigermenschen. Und wenn ich sehe, da vorne ist anscheinend eben ein Kommandant oder sowas. Oder Rudelführer. Ja. Ich glaube, da sind ein paar Leute. Ja, die kämpfen gerade. Der Kommandant hat anscheinend keine Lust zu kämpfen. Die Chans Patrouille macht also Fortschritte? Ja. Hervorragend. Es freut mich zu hören, dass unsere Männer die Sache im Griff haben. Ja. Oh, Changkwao Laos Wilderstahl. Ist leider nur ein Schwert. Oh, Dragona. Okay, jetzt kommen wir zu den, ja, Drachenmenschen. Das sind vierbeinige Drachen. Kreaturen. Das ist das einzige Mal, dass man so eine Art von Drachen im Spiel überhaupt sieht. Wenn man mit Höger nicht dazu zählt, die man in der Nordlandkampagne da trifft. Oh. Das tat weh. Die verschwinden ja richtig. Die Leichen bleiben gar nicht liegen. Verschwinden einfach. Die Zahl aber war. Was ist in dieser Truhe? Hm. Eine Klinge. Der Mongolen. Wohin soll ich gehen? Vielleicht zu euch? Provinz Shanaxi. Shankshi? Shankshi. Okay. Oh, Titanenklinge. Jetzt wohnen die anscheinend in Zelten. Ganz normale Zelte. Hm. Irgendwie ungewöhnlich, finde ich. Ja, auf die muss ich aufpassen. Die Zauberer der Dragona. Hm, ja. Über die Brücke. Ah, nach Zidane. Guten Tag. Grüße. Hm. Wer hat da. Verwundete. Wir haben diesen Telkine gesehen, von dem du sprichst. Jeder hat den gesehen. Er hat eine große Sichel und war von diesen verfluchten Bestien umgeben. Wir haben beobachtet, wie sie von der großen Mauer kamen und dann im Jingyang-Wald verschwanden. Und zwar in Richtung Chang'an. Ha, also auch nach Chang'an. Es wird auf meinem Weg liegen. Wenn du auf der Straße nach Chang'an gehst, solltest du nicht in den Wald gehen. Ich habe gehört, dass dort eine schreckliche Bestie umherstreift. Läufer im Wald. Dies sind gefährliche Zeiten, nicht wahr, Krieger? Geht so. Die meisten von uns trauen sich nicht zu reisen. Selbst wenn wir einen guten Grund haben. Aber einer wie du, der reist frei umher. Stimmt. Es gibt da ein wertvolles Ding. Es ruht in einer Höhle im Jingyang-Wald. Obgleich es schon ziemlich wertvoll ist, würde ich dafür mehr bieten, als es wert ist. So sehr möchte ich es gerne haben. Du kommst an einem vielversprechenden Tag zu uns. Schau dir an, was wir zu bieten haben. Schau dir an, was ich zu bieten habe. Zeug. Beschwörer-Totem. Plus eins auf Kernbewohner beschwören. Bonus für alle Begleiter. Zehn Gesamtgeschwindigkeit. Ich mag meine Schattenwoge. Ich habe auch nichts Komplettes. Um das Ding überhaupt zu bauen. Nichts. Ich bin ein armer Mensch. Nicht an Geld, aber an coolen Gegenständen. Ja, werde ich wohl behalten. Wo ist denn hier der Karawanenmann? Lass dich anlächeln. Da gibt es hier keinen. Als Sun Wukong, der Affenkönig, in den Himmel eingeladen wurde, gab es Ärger. Der Affenkönig war stur, stark und schlau. Sun Wukong kannte alle Arten der Magie. Er konnte 800 Meilen mit einem Satz springen. Und er hatte einen Stab, der seine Größe beliebig ändern konnte. Hm. Ja, wie Goku. Son Goku aus hier. Dragon Ball. Ja, wieder ein Geschichtenerzähler. Ah, ein Gast in unserem Dorf. In letzter Zeit hatten wir nur die Rüde-Sorte. Ich meine die Monster. Sie nimmt es gelassen. Sie ist auch hier in den Bogen gequipt. Und da ist der Yin-Yang-Wald. Ah, und den erkunden wir dann beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, let's play Titan Quest. Juhu. Bis gleich. Juhu. 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 Vielen Dank.